Ganz einfach in Kryptowährungen investieren. Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Viele fragen immer, wie kann ich denn ganz einfach und auch recht sicher in Kryptowährungen investieren? Das am liebsten via SEPA-Überweisung. Das Ganze möchte ich euch hier zeigen. Zuerst gehen wir hin und schauen mal via CoinGecko, welche Börse wir aussuchen, weil die Wahl der richtigen Börse, die gewisses Handelsvolumen aufweist, wo man sagt, ja die Börse, die geht jetzt nicht schnell down, dass man sagt, da sind keine Leute, die das nutzen. Und natürlich auch das Thema Auswahl. Wenn ich vielleicht in etwas investieren möchte, was vielleicht ein bisschen low cap ist, also geringeres Volumen hat, wo aber auch die Chance ist, da etwas mehr zu steigen in Form von, kostet jetzt vielleicht 8 Cent und nächste Woche 50 Cent als Beispiel, weil sich mehr Leute dafür interessieren, also Potenzial besitzt, dann brauchen wir natürlich eine Börse, die auch Auswahl besitzt. Und da schauen wir jetzt mal via CoinGecko, wie wir das am besten herausfinden. Das ist eine sehr gute Anzeigeseite und auch eine neutrale Seite, wo man natürlich die Preise der verschiedenen Kryptowährungen sieht, aber auch Börsen vergleichen kann. Wir gehen einfach mal oben auf Kryptobörsen und dann vergleichen wir das Ganze. Und dann sehen wir hier die Rangliste der Kryptobörsen. Und wie gesagt, am besten ist, man geht hin und schaut gar nicht, wer hier auf Platz 1, 2 und sonst was ist, weil das ist einfach nur der Vertrauensscore, der hier vorgegeben wird, sondern wir gehen auf das 24-Stunden-Volumen. Und das zeigt uns dann an, wie viele Leute diese Börse überhaupt nutzen und ob da überhaupt etwas dahinter steckt, dass Leute diese Börse nutzen und uns nicht vorgegaukelt wird, ja, ja, wir haben viele Nutzer, aber eigentlich kommt da gar kein Volumen rein, sprich, die Börse wird wenig genutzt. Und wenn wir darauf gehen, dann sehen wir schon hier Binance ganz klar als große Börse, Coinbase, aber diese beiden haben jetzt nicht diese Riesenauswahl, denn dort findet man eher die Standardprodukte. Und dann sind wir auch schon beim drittplatzierten und das ist Maxi Global. Und diese Börse nutze ich persönlich eigentlich hauptsächlich. Und wenn wir auf Maxi Global klicken, dann kommen wir genau auf diese Seite. Wir sehen, welche Kryptowährungen alles dort gibt. Und da sehen wir, es gibt sehr, sehr viele. Und wir sehen auch, es gibt 1531 Kryptowährungen, also die Auswahl ist sehr groß. Und 2.119 Handelspaare, muss man aber dazu sagen. Da ist ja schon Bitcoin in Tether, Bitcoin gegen Erfüllung, Bitcoin in USDC. Als Beispiel hätten wir schon drei Handelspaare. Also das Thema Handelspaare ist hier gar nicht ausschlaggebend, sondern wirklich die Kryptowährungen, die man dort kaufen kann. Und wenn wir hier durchklicken, also durchschauen, dann sehen wir ganz klar, USDT ist so das Hauptvertretende, also Tether. Wenn wir uns dann bei dieser Börse anmelden, weil wir sagen, jo, hat gutes Volumen und vor allem auch eine große Auswahl, dass ich vielleicht mal ein bisschen experimentieren kann und vielleicht auch ein bisschen spekulieren kann, in Hoffnung, dass da große Gewinne kommen. Dann meldet man sich via unserem Link sehr gerne in der Videobeschreibung an. Dann gibt es 10% Cashback bei Maxi Global. Und dann ist man registriert und dann sieht das Ganze so aus. Maxi Global. Und man möchte natürlich starten. Man hat hier seine Wallet ganz oben, man hat seinen Account, alles. Aber natürlich möchte ich gerne starten. Wenn wir jetzt Geld via SEPA einzahlen wollen, dann geht das hier oben ganz einfach. Sehen wir auch direkt hier. Global Transfer, ganz einfach. Global Bank Transfer. Das steht zwar neu da, aber das ist nicht neu. Dann gehen wir einfach hin und suchen uns Euro aus. Sagen, wie viel wir einzahlen wollen. Wir sagen einfach jetzt mal 900 Euro. Wir sind investmentfreudig. Und dann sehen wir auch schon, das Ganze kostet null Gebühren, weil es ist eine SEPA Bank Transfer. Dann gehen wir auf Buy Now. Und schon geht das ganz einfach. Und zwar, es wird dann erstellt mit einem Nummer, so wie man es von anderen kennt. Hier bitte das Geld hinüberweisen. Das ist die IBAN. Hier ist die BIC. Hier unten ist die Referenz, also der Grund, was wir überweisen. Das ist in dem Fall meine Nummer zum Überweisen. Bitte nicht nutzen. Und dann zahlen wir hier 900 Euro ein. Und wie wir gerade gesehen haben, für diese 900 Euro erhalten wir auch mehr USDT. Das schwankt natürlich immer, je nach Euro- und Dollarkurs. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir oben ganz einfach auf Spot gehen. Und diese 900 USDT können wir dann ausgeben. Dann können wir uns ein Handelspaar aussuchen. Zum Beispiel, wir möchten ganz einfach Bitcoin kaufen. Das kann man ja auf vielen verschiedenen Börsen kaufen. Diese X10 dahinter nicht irritieren lassen. Wir sind hier auch schon im Bitcoin-Chart. Wir sehen aktuell 16.679 Dollar der Bitcoin. Dollar in dem Fall, weil wir ja auch USDT besitzen. Das sehen wir hier. Diese haben wir zur Verfügung. Und zwar 927 USDT. Hier ist das Orderbuch, wo gerade gekauft und verkauft wird. Demnach steigt der Preis. Ich habe natürlich verschiedenste Anzeigemöglichkeiten. Hier sind wir gerade im 15-Minuten-Start oder wir nehmen den Tagesschart. Dann sehen wir, wie es gerade täglich aussieht. Und wir sehen, gerade um Weihnachten ist dieses Video entstanden. Da natürlich auch eine Art Seitwärtsphase, da nicht viel los ist am Markt. Und dann haben wir natürlich neben Bitcoin auch die verschiedenste Auswahl an Kryptowährungen, die es hier gibt. Es gibt hier so eine interne Rangliste, die gerade oft gesucht wird. Und dann kann man dort kaufen. Viele Kryptowährungen, die wir auch zeigen, hier auf dem Kanal, zum Beispiel A0 oder auch Casper, die gibt es hier zu kaufen. Holoride, Egold und ganz viele verschiedene. Wenn wir dann kaufen möchten, dann gibt es verschiedene Kaufmöglichkeiten. Zum Beispiel einen Limit Order. Das heißt ganz einfach, ich sage, wie viel Bitcoin ich kaufen möchte. Ich sage jetzt mal, ich sehe hier oben, was Available ist. Hier unten sehe ich ja meine Dollar. Also ich sage mal, ich möchte jetzt gerne 0, beim Komma dran denken, das ist ein Punkt. 0,01 Bitcoin kaufen. Das würde aktuell 166 USDT kosten. Die habe ich ja verfügbar. Ihr seht auch hier, der Balken ist ein 18% meines Bestandes. Ich könnte die noch einfach auf 100% schieben. Dann wären es 0,05 Bitcoin. Und diese könnte ich dann hier als Buy Order angeben. Vorher gebe ich aber hier einen Preis an. Das heißt, wir sehen aktuell, der Preis ist aktuell höher, wie das hier ist. Also wir würden jetzt einen Preis nehmen. Ich sage jetzt mal, ich möchte billiger kaufen, in der Hoffnung, dass er sinkt, für 16.000. Dann sehen wir auch direkt, dass ich mehr bekomme. Und zwar 0,057 Bitcoin für mein komplettes Geld. In dem Fall 925 Dollar. Warum kann ich nicht 927 aufrufen? Ganz einfach, ich brauche noch etwas für Gebühren. Keine Frage. Aber denkt dran, 10% gibt es als Cashback von den Gebühren, wenn ihr den Link von uns benutzt. Und dann klicke ich auf Buy und dann landet das Ganze hier im Orderbuch. Und wenn diese 16.000 dann irgendwann erreicht werden könnten, weil der Preis nochmal fällt und jemand für 16.000 verkaufen möchte, also eine Sell Order, also eine Verkaufsorder gemacht hat, dann wird meine Kauforder durch die Verkaufsorder natürlich gefüllt. Oder der Preis geht sogar noch einen Ticken runter und die Leute sagen, ja klar, ich kann hier für 16.000 verkaufen im Orderbuch, obwohl der Preis gerade bei 15,995 ist zum Beispiel. Dann kann ich hier einfach für 16 verkaufen, wenn diese Order natürlich noch da ist. Das ist jetzt der, sage ich mal, Weg, wenn man sagt, ich kann den Chart ein bisschen lesen und denke, so und so könnte es hingehen. Dann gibt es aber auch noch die andere Möglichkeit und das ist die Market Order. Die sehen wir hier. Market Order ist das für Ungeduldige. Nämlich hier ist der Preis einfach der optimale Preis. Da wird hier aus dem Orderbuch rausgesucht, wie es gerade so ist. Und dann gebe ich einfach nur an, wie viel Dollar ich ausgeben will. Würde ich zum Beispiel 50% meines Geldes jetzt investieren und nächste Woche gucke ich nochmal rein und investiere dann nochmal diese restlichen 5%. Dann klicke ich jetzt einfach auf Buy Bitcoin und schon habe ich diese. Und wenn ich diese habe, dann landen die natürlich in meiner Wallet. Die kann man einfach über Overview komplett aufrufen, keine Frage. Und dann habe ich diese Bitcoin komplett zur Verfügung. Wenn ich diese Bitcoin dann gekauft habe, dann ist natürlich die Empfehlung von jedem und natürlich auch von uns, schaut euch das Thema Hardware Wallet an, findet ihr auch hier auf dem Kanal ein Video dazu. Und schon habt ihr dann Bitcoin gekauft und genau so funktioniert es, wenn wir zum Beispiel hier auf Platz 10 gerade Kass sehen. Einfach Kass kaufen ist das genauso. Wenn wir jetzt nämlich hier sagen, Limit Order, seht ihr ja, würde ich hier sehr viel Kass, über 100.000, fast 200.000 Kass für meine 900 Dollar bekommen zum Preis dieses aktuellen Videos. Und natürlich kann ich auch noch schwanken, indem ich hier sage, nee, weißt du was, das kriege ich noch ein bisschen günstiger. Und schon bin ich bei 231.000 Kass. Und wir sehen ja, der Preis war auch schon mal höher, ziemlich genau das Doppelte von dem, was hier angegeben wird aktuell. Also da könnte zum Beispiel eine potenzielle Möglichkeit sein. Aber natürlich auch das Gleiche bei Bitcoin, der natürlich auch schon hoch stand, wie wir vorher gesehen haben. Und natürlich auch andere Kryptowährungen. So einfach investiert man in Kryptowährungen, muss man sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und wenn ich jetzt nicht via SEPA ganz einfach einzahlen will ohne Gebühren, dann gibt es noch die Möglichkeit via Debit bzw. Kreditkarte. Und auch hier ist natürlich die Möglichkeit in Euro. Und dann hier einfach eine Kreditkarte hinzufügen. Und schon kann ich über Visa oder Mastercard ganz einfach genauso kaufen. Da werdet ihr aber sehen, dass hier Gebühren natürlich anfallen, wenn ich hier eine Karte hinzufüge. Da ist natürlich das Thema Gebühren plus Karte hinzufügen. Da muss ich erstmal eine Visa-Karte bzw. eine Masterkarte haben. Aber keine Frage, wenn man einfach nur ein Bankkonto hat, ist, glaube ich, SEPA mit den 0% Gebühren, glaube ich, am einfachsten. Dann haben wir noch die Express-Einzahlung hier. Und wenn ich hier auch wieder die 900 Euro eingebe, sehen wir hier auch wieder via Visa und Masterkarte. Oder diese Drittanbieter, die es hier gibt, die findet man unter Third Party. Dann kann man hier natürlich auch wieder schnell einzahlen via Kreditkarte und dann USDT kaufen. Das geht dann auch wieder über Third Party. Dann sehen wir auch diese drei Anbieter. Und man muss dazu sagen, wenn wir auch wieder bei diesen 900 Euro bleiben als Beispiel, dann gibt es hier die verschiedensten, ja, sehen wir auch, Gebühren, die hier anfallen. Also nicht einfach nur, dass wir es kaufen. Wir sehen auch hier verschiedene Werte. Simplex zum Beispiel ist hier recht teuer. Da bekommen wir am wenigsten USDT für unsere Euro. Und MoonPay, sehen wir gerade, ist das Best Price Angebot. Das sehen wir auch hier. Da bekommen wir am meisten USDT. Aber wie gesagt, das ist ein Drittanbieter. Wenn er lieber auf der Börse selber via Banktransfer, dann kann man das machen. Dann gibt es noch die Möglichkeit Peer-to-Peer. Das ist dann auch ganz einfach, dass da andere Leute im Prinzip ihre USDT anbieten. Aber wir sehen auch hier recht teuer. Und zwar für 1,10 Euro gegen einen USDT. Das ist dann wirklich sehr teuer. Aber sowas kann man natürlich auch machen. Gleichzeitig kann man das natürlich auch rückwärts machen. Also verkaufen. Dann geht das auch, dass hier verschiedene Anbieter, das sind echte Leute, die dahinter sitzen. Und wir sehen aber auch, welche Angebote sie benutzen. Es gibt auch ab und zu mal Paypal. Sehen wir hier. Paypal, auch eine Möglichkeit für viele Leute, die das nutzen. Habe ich auch schon genutzt. Funktioniert wunderbar. Und wenn es da Probleme gibt, wir sehen ja auch, wir müssen nicht unbedingt USDT verkaufen, sondern können hier auch andere Angebote annehmen. USDC, Tron, XRP, Bitcoin, Ephium und EOS. Dann geht das auch ganz einfach und auch zum Teil via Paypal. Und da gibt es natürlich auch einen Verkäuferschutz. Also da ist natürlich ein Support dahinter, falls das Ganze nicht funktioniert. Und schon können wir ganz einfach, wenn wir dann Geld eingezahlt haben, auf der Maxi Global, eine Börse, die sehr viel Möglichkeiten bietet, ganz einfach handeln und Kryptowährungen kaufen. Verwahren auf der Börse, ja, das ist immer ein Thema. Wenn man kleine Beträge hat, wo man sagt, ja, ich möchte da vielleicht Gewinne in wenigen Monaten oder einem halben Jahr nehmen und ich vertraue der Börse, dann kann man das machen. Aber im Großen und Ganzen empfehle ich gerade für Langzeithalte bzw. Hotepositionen immer ein Hardware Wallet. Links dazu in der Videobeschreibung und auch Erklärvideos, wie so ein Hardware Wallet funktioniert, findet ihr in der Videobeschreibung. Übrigens, wenn ihr jetzt Probleme habt und sagt, uh, so viel Englisch, gar kein Problem. Die Maxi Global ist in sehr vielen verschiedenen Sprachen und natürlich auch Deutsch verfügbar. Das ganz einfach hier oben rechts zu sehen. Und natürlich habt ihr es schon gesehen, hier gibt es auch einen Einzahlbonus bis zu 1.000 Dollar, wenn ihr dort einzahlt und natürlich auch handelt. Das genau mal draufklicken, wenn man hier die Börse offen hat, einfach hier unter Get 1.000 bzw. auf Deutsch natürlich hier einfach über dieses kleine Bonuszeichen. Also jede Börse, ihr kennt das, hat natürlich auch für Neulinge auf der Börse kleine Bonis bereitgestellt. In diesem Sinne, ich hoffe, viele Fragen konnten geklärt werden, wie man denn vernünftig und einfach Geld einzahlt. Das mit nur einem Bankaccount und nicht unbedingt einer Kreditkarte, weil ich noch keine habe, weil ich keine haben will, wie auch immer. Das geht ganz einfach hier auf der Maxi Global, eine Börse mit sehr viel Auswahl und gutem Handelsvolumen. Das heißt also, es ist ziemlich sicher, dass diese Börse nicht von heute auf morgen verschwindet, da immer noch sehr viele Leute dieser Börse vertrauen und natürlich dort auch handeln. In diesem Sinne, ich hoffe, das ganze Video hat euch geholfen. Da oft die Frage kommt, wie kaufe ich denn jetzt bzw. wie zahle ich denn ein? Ich hoffe, damit viele Fragen geklärt. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.